Was ich eigentlich fragen wollte, gibt es hier in der Nähe, wo ich jetzt bin, noch mal ein Buch? Soll ich noch mal irgendwo vorbei? Keine Ahnung. Meistens, du siehst dir die Bilder erst... Hab ich irgendwas notiert? Du siehst dir die Bücher erst in dem Moment, wo du das vorher freischaltest. Du bist aber der 1, rechts schräg ist eine 2. Bobas, du kannst die 2 mal demarkieren und dann oben meine 2, da ist noch ein Buch, dass ich Schinken machen kann. Ja, die weiße 2 rechts, also hinter mir sehe ich. Ja, genau, die meine ich. Ja, dann gehst du da mal hin. Und Bobas kann seine 2 wieder wegmachen, da haben wir ja jetzt alles. Frechheit. Immer ich. So, jetzt gucke ich mal wegen Buch. Stimmt. Die Map haben wir auch noch gar nicht so frei geschalten, ne? Aber die Karte schaut auch schon so viel besser aus. Ich weiß bloß nicht, warum war das jetzt halt nicht Porte, das war Ingenieur, ne? Also lernst du jetzt halt auch den Ingenieur? Ja, weil ich den Schraubenschlüssel haben will auch. Ich habe hier so viele Punkte, ich kann ja auch, ich kann ja alles lernen, wenn ich, was ich, wenn ich ein Buch habe, kann ich auch alles lernen. Das stimmt. Das stimmt. So, wir brauchen jetzt überhaupt kein Buch, Forschung. Ey, ich kann mir einen Schraubenschlüssel machen, ich glaube es ja nicht. Dann mach gleich 3. Ja, ich muss mich erstmal entladen. Also ich meinte generell kann ich nicht. Entlehr dich mal. Ja. Ihr wolltet doch angeln gehen, ja? Das auch. Was ich vorhin gesagt habe, es gibt so viel, was wir machen müssten. Du weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst. Nein, ich wollte nicht gezielt angeln gehen. Ich wollte, wenn wir am Wasser zufälligerweise vorbeikommen, mal angeln probieren. Oh, das muss ich jetzt mal reinschmecken. Ins Angeln reinschmecken. So, jetzt müssten wir doch eigentlich den Dingsbums, genau, das da machen können. Da brauche ich Eisenplatten und Stahlstangen. Da haben wir doch noch was gehabt. Dann werde ich auch mal wieder ein bisschen kochen. Warum ist denn hier so viel in der Kuschelkiste drin? Ich habe das doch schon ein paar Mal entleert hier. Ich habe vorhin reingeschmissen, weil ich die Schnauze dann voll hatte. Ich renne hier tausendmal die Kisten links und rechts und finde einfach nichts irgendwie und finde das Zeug nicht. Jetzt müsste mal einer die Rüstungskisten dann irgendwie... Ich stelle das Zeug jetzt selber her. Ich habe so viele Rüstungen über. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Ich hoffe, es kann es. Ich glaube, eine Eisenplatte war es. Das kommt hier rein. Noch eine. So. Was kommt hier rein? So, dann schauen wir mal. Was? Ich habe da jetzt die Stahlstange hergestellt oder nicht? War das jetzt was Falsches? Ich gehe davon aus, dass wir auch Steine und so Zeug brauchen, oder? Ja, enorm. Alles. Brauchen wir. Weil dann auf dem Weg dahin haue ich ein bisschen Stein und Erz zusammen. Oh. Mach das. Hau sie alle zusammen. Schlag sie zusammen. Oh Gott, was ist denn jetzt das? Ach, da kann man die Zündungsspulen herstellen. Aber warum soll man die herstellen, wenn man die so massenhaft findet? Und an dem Ausrüstung. Und da kann man jetzt auch Sachen schreddern. Okay. Aber irgendwie, es gab doch einen Elektroniktisch. Sag mal, bin ich jetzt? Nee. Der Maschinentisch ist doch das Ding, was du hier hingestellt hast, Pitti, oder? Der Maschinentisch. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich habe die einfach gemacht und hingestellt. Ach nee, das ist die Bastelbank. Okay. Das heißt, wir brauchen im Grunde noch den Maschinentisch. Brauche ich dann auch drei Eisenplatten und drei Stahlstangen. Brauchen wir noch irgendwie so Hasen oder irgendwie sowas? Hier rennen zwei rum. Wir haben nur noch Fallen hier. Also die musst du jetzt nicht extra sammeln, weil wir ja die Fallen haben. Aber im Grunde, wir wollen ja alle aufleveln irgendwann. Unsere Taschen und so weiter. Und dann werden wir das noch brauchen. Jetzt kannst du auch Spulen in die Rüstung einbauen. Ah, okay. Das ist natürlich dann nice. So, wo stelle ich denn jetzt den Tisch hin? Und stelle ich jetzt da links drüben hin. So, und da müsste ich doch jetzt die Sicherung hin und das Ganze... Ah, hier können wir dann Kurzwaffenmunition herstellen und Schrotflintenmunition. Das ist nice. Ich bin immer noch am Einsortieren. Wo hast du eigentlich den Schraubenschlüssel gebaut? Ich habe den noch nicht gebaut. Ich bin immer noch am Einsortieren. Ach so. Ja gut, dann... Dann baue ich mal drei Stück. Ja, mach mal. Gut, ich tue die zwei natürlich da vorne rein, wo du jetzt ja gerade stehst, wenn da noch ein Platz ist. Da, wo die Rüstung ist, ne? Ja. Ich habe jetzt zwei graue und eine blaue. Ihr wisst schon, dass ich die blaue für mich behalte, ne? Ist das nicht Zufall passiert? Ja, doch, Zufall. Okay. Aber ich möchte halt jetzt auch keine zehn Stücke herstellen, ne? Und das Material verballern. Dann packe ich auch mal das Buch für Sandman rein. So, dann kann ich ja das mal testen hier. Mit der Rüstung. Das heißt, ich muss wahrscheinlich, ähm... Kühlungsspule. Was nehmen wir denn da mal? Jetzt habe ich dieses ganze Material weggelegt. Ich wollte die Kisten hier upgraden. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf. Ich will mich hier entleeren. Ich probiere das jetzt mal. Ich mache das jetzt mal so. Ich glaube, dass jede Spule, jede farbige Spule, ähm... Ihren eigenen Koffer braucht. Da muss ich erst mal. Weil wir haben so viele Spulen schon. Das ist eine Militärbasis hier. Ah, jetzt hat er es genommen. Ach so, ich habe hier keine... Keine Slots, ne? Da kann ich dann ja eh nichts reinbauen. Oder doch? Ne, wenn ich keine Slots habe, dann geht es ja nicht, ne? Ähm, man kann aus 3 plus 1 eine 2 plus machen. Was? Ich verstehe nur Bahnhof. Naja, wenn du wahrscheinlich die Schlüssel... So wie es bei manchen Spielen ist, dass wenn du zwei gleiche hast und schiebst die zusammen, hast du eine bessere Version. Also wenn du jetzt hier die zwei grauen nimmst und die zusammenschmeißt könntest, dann kommt eine blaue... Nein, die Spulen. Und wo mache ich dann das jetzt wieder? Okay, das probieren wir jetzt mal. Ich bin nur noch überfordert, hier alles wegzusortieren. Wo sind denn die anderen Steine? Wir hatten die anderen Steine doch auch mal irgendwo in der Kiste. Äh, auch da an dem Tisch, okay. Verrückte die anderen Steine, aber hier sind keine mehr. Ne. Dann tu sie irgendwo rein. Ja, ich packe sie jetzt da hin, wo die anderen Steine sind. So, Moment, ich habe doch jetzt halt Blitzschlagspule. Blitzschlagspule? Ach, und da brauche ich... Okay. Okay. Das ist im Grunde wie das Aufskillen von der Nahrungstasche oder Gürtel oder was weiß ich. Ich konnte dir jetzt noch nicht folgen, weil ich hier am Sortieren bin. Das musst du mir nachher nochmal erklären, wenn ich frage. Oder nee, da ist es. Okay. Alles klar. Ähm, Name Zaril. Und du hast in der Rüstung Platz für Spulen. Okay. Ich habe ja immer noch ganz viel Mist einstecken. Dann will ich mal gucken, ob ich den Schraubenschlüssel von alleine benutze, oder? Ja, mach da. So, jetzt mache ich erst einmal alles Geblitze. Oh, cool. Oh, cool. Ich mache hier mal ein bisschen Krach. Oh, was da drin ist. Bereifung, Lenkrad, ey, cool. Das ist nämlich das, was ich sage. Du findest hier nämlich die Autoteile. Dann können wir uns wahrscheinlich dann auch noch zusammenbasteln. Wegen den Spulen, ich sage es bloß, ich lege die jetzt wieder rein in die Kisten und das sind teilweise dann Spulen dabei, die eine Stufe plus zwei haben und nicht nur plus eins. Ich passe zu den Spulen noch weiter in den Bahnhof und Bratkartoffeln, deswegen. Also, da frage ich nachher nochmal. Drei Stück. Ich habe nur gesagt, dass ich die Spulen wieder reingelegt habe und da halt die normalen drin sind und welche, die besser sind. Ja, aber das ist ja was, was ich noch gar nicht verstehe, weil... Servus, Le. Servus, Le, Harry. So, ich habe dreimal, sogar viermal das Buch über Lebensmittelrezepte. Okay, so, warte. Du bist ja cool. Ja, aber ich mache jetzt hier nicht mehr mit Looten und so, weil ich bin... Voll. Bin voll, voll. Voll, voll bist du. Warum kann ich meine zwei nicht entfernen? Weil hinten dann auch der zwei steht und... Braucht jemand von euch eine goldene, äh... Maschinenpistole? Nimm sie mit, ich habe auch zwei gefunden. Nimm sie mit, so not können wir sie zerlegen. Ich habe ja auch zwei gefunden. Ja, nimm sie mit, ich bin voll, ich müsste irgendwas rausschmeißen. Ach so, ne, dann... Keine Ahnung, aber ich denke, aus den Waffen kriegt man doch besseres Material mit raus, oder? Weiß ja nicht, das kann ja, aber ich kann ja später nochmal herlaufen, dann. Das ist, wenn es ja ein paar Äste rausschmeißt, oder... Nee, ich kann ja später nochmal herlaufen. Ach so. Äh, ja, klar. Dieses Raute-Zeichen, das ist unsere Base, oder? Da bin ich richtig, ne? Ja. Ähm, ein Erd oder ein Barren? Wie fehlt jetzt der Zusammenhang? Warum sind denn die Fallen weg? Welche Fallen? Die kleinen Fallen sind alle weg. Die stehen doch da. Äh, nein. Okay, da liegt ein Hase zum Beispiel, zum Häuten. Dann ist das Buggy vielleicht, dass du das jetzt ja nicht siehst. Ich sehe sie nur, wenn ich sie, äh... Spannst. Spannst. Und die Tiere hast du nicht gesehen? Ich habe hier nur einen Hasen, die Tiere habe ich auch nicht gesehen. Das sind zwei Hasen. Da ist ein Schwein drin. Das siehst du aber. Ja, die großen sehe ich. Das ist ja putzig, ey. Putzig ist das. Ich brauche nämlich das Fleisch, was da drin war. Und ich brauche die Samen. Moment, dann schmeiße ich dir mal das, äh, Fleisch raus. Beim Zerlegen der Waffen. Okay, ein Erd oder ein Barren, ja. Aber brauchen wir auch. Wir brauchen Eisenbahn zum Beispiel, um das alles ja noch aufzuwerten. Und für den Explosionsschaden. Weil das kommt ja dann auch noch, ne? Wir brauchen Eisenbahn. Ja, ich... Ups. Wenn das... Ich sortiere das jetzt halt. Das ist mir jetzt wurscht. Ja, sortiere es bitte. Ja. So, ich werde mal hier hinten die Kisten upgraden. Upgraden. Damit man da mal rein... Halt, da war ja noch Holz. Holz. Bretter. Ich nehme mir die Pfeile raus, weil die nimmt anscheinend eh keiner. So, Klebebogen. Doch, ich habe aber immer nur 30 im Inventar. Echt? Nur 30? Auch nur noch ein Gummi. Dann kann ich die Kiste da auch upgraden. Brauchst du ein Gummi? Ja. Dann geht hier nämlich auch schon mal mehr rein. Das hat mir nämlich auch... Ein ganz schöner Gewaltmarsch, ne? Bis ich wieder daheim bin. Ja. Ach, du bist doch gar nicht da. Ich war der Meinung, du bist hier schon hinter mir her. Nee. Abbrechen, äh... Ich will herstellen. Ja, ich habe nichts. Mist. Mist? Jawohl. Schließen. Du, ist denn das da? Da sind jetzt Bücher drin. Dann würde ich mal das da tue ich jetzt mal raus, weil das war glaube ich hier drin oder in dem anderen. Was war doch da schon irgendwo da, ist es? Münze. Okay. Das ist alles Essen. Batterie. Essen? Essen ist bei mir. Wo hast du denn da noch Essen? Ich habe nur gesagt, das ist alles Essen. Was anderes habe ich jetzt nicht gesagt. Aber ich habe das so verstanden, dass du da hinten an einer Kiste bist, wo Essen war. Nein, nein, nein. Okay. Schützengewehr, Maschinenpistole, da, so. Warte mal. Wir können uns ja eh recht viel jetzt herstellen, dann... Kräuze. Genau die da wollte ich. Boah, überall diese Zäune, das geht schon richtig auf die Nerven, ne? Echt? Ja. Was habe ich denn da? Schimmeliche Kartoffelchips. Hm. Wo hast du jetzt das schimmeliche Zeug rein? Äh, auch da, äh... Die Essen ist... Okay. Okay, okay. Da tue ich nur mal... ...ganz kurz das da noch mit raus. Hier, hier, hier... Hier sind sowieso noch zwei Bücher drin, irgendwie. Hast du den Baum da vorne gefällt? Nein. Ich hatte nur keinen Mist mehr, um nachzusehen. Genau, und ich habe fünf Mist einstecken, deswegen würde ich das jetzt eben mal machen. Also hast du ihn doch gefällt. Geerntet hätte ich das jetzt benannt. Oder so. Das packe ich auch mal in die Kudelkiste hier. Hey, werden die Autos weggestellt? Kannst du mir den Mist hier mal reintun? Äh, ja. Da, links, danke. Dankeschön. Ich hatte nämlich kein Fleisch mehr für Mist, weißt du? Echt? Das ist Mist. Das kann ich dir sagen, du. So, bevor ich jetzt Essen mache... ...wollte ich mir den Tisch hier auch nochmal angucken. Das ist der neue. Ach so, da kann ich jetzt... Ah. Die Spulen herstellen und da kann ich die Spulen ins Matta... Ausrüstung ändern. Produktivität. Hast du dir schon irgendwo eine Spule reingesetzt jetzt? Ähm. Ich wollte das vorhin machen, aber war dann wieder abgelenkt. Ach so, okay. Das sind wir hier ständig bei dem Spiel irgendwie. Ja, nee, aber ich hab's jetzt... Scheiß, Zäune gehen mir so hart auf die Nerven, ne? Was denn für Zäune? Na, hier, du kannst... Du kommst nirgends wo durch. Ach so, ja, ja. Ja, wenn's... Ja, nicht über die Grundstücke laufen. Meine Güte, ey. So, dann koche ich erstmal wieder eine Runde. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Was ist denn mit hier dem Tisch? Kann ich das upgraden? Nein, natürlich nicht, weil ich ja alles weggeräumt hab, ne? Hast du diese Bereifung und Rahmen und so weiter, hast du das in eine spezielle Kiste rein? In die Kruschelkiste, weil ich nicht wusste, wohin damit. Okay. Gerade wird da eine Falle zugefallen, wieder mit dem Hasen. Ja. Okay, dann schaue ich mal, dass ich hier... Das, was echt schön ist, wäre, bei dem Spiel auch, wenn man aus den Kisten sich bedient. Und nicht immer jedes wegen jedem drum, dann wieder an die Kisten rennen musst. Wir haben so viel von den Ranken. So, ich bin da. Jawohl. Ist doch gut. Seid nicht so genervt wegen den Zäunen jetzt. Mensch. Doch, bin ich. Wo ist denn da eine Brustrüstung hin? Weiß ich nicht. Hatte ich eine? Ich weiß gar nicht. Kalkstein, Stein, kleiner Stein, Eisen. Ja, wo sind denn jetzt die Steine geblieben, die ich hier reingetan hab? Wo? In der Kiste, wo du grad drin bist. Jetzt brauchst du die, oder? Ja, 20 brauche ich. Ich hab ganz viele, Piddy. Ich packe die in die Gruschkiste. Aber nicht kleiner Stein, sondern Stein. Ja, weil ich wollte halt unsere Rampe da vorne aufwerten. Ah ja. Deswegen. Eisenblatt brauche ich nicht. Zement. Mehr habe ich nicht. Weil ich brauche nämlich Stein für die Ziegel. Ja, 60 Steine sind in der Gruschkiste. Kann ich die nehmen, Piddy? Ja, ich hab mir die schon rausgenommen, die ich brauche. Okay. Oh, die Gruschkiste ist ja auch schon ausgebaut. Ja, das war ich. Oh, warte mal, dann nehm ich die Äste gleich hier raus, weil die brauche ich ja dann eher. Ich nehm mir das Eisennetz auch gleich raus und das Kupfer auch. Und das nehm ich mir auch gleich raus und das da noch. Und ja, genau, den Ziegel her. Kalkstein, alles her. Ah, Überlebensmittelrezepte, ne? Das war das, was du mitgebracht hast. Und Gymnastik. Aber Gymnastik ist ja das, was wir gesagt haben, was man für diese braucht, ne? Ja, Servus, Lewolfi. Hey, alles Salz. Das Buch für den Botaniker. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon... Genau, das unterste war das Gymnastikbuch, ne? Genau, und hier... Dann hab ich nämlich Essen komplett ausgebaut. Ich pack dir auch grad ein bisschen Essen in die Kiste. Hm, aber... Bitte richtig. Na, ihr Zombiejäger. Servus, Leckwack. Danke, danke. Ich koche nämlich gleich, ich will nur mal den Tisch vorher aufrüsten, deswegen... Boah, ich weiß da nicht, was ich nehmen soll. Das hab ich... Das hab ich so. Dann brauch ich zehn Mädel und vier Holz. Ich muss das jetzt so nehmen, weil ich nicht weiß, besser wie es geht. So, jetzt fehlen wir natürlich wieder Ziegel. Das Material ist so schnell verballert. Ich weiß es nicht mehr, ich nehme jetzt erstmal die Hälfte. Du weißt es nicht mehr? Ne, ich hab mir grad gemerkt, wie viele Nägel ich brauche und jetzt hab ich's vergessen. Jetzt nehm ich erstmal die Hälfte aus der Kiste. So, was brauch ich noch? Seil, Plastik, Gummi, Eisenwaren. Ich glaube, ich geh nochmal auf Looten. Deswegen mach ich mir jetzt wieder leer. Nein. Gummi... Plastik... Das ist ja schon wieder so komisch sortiert hier. Ich hab nichts sortiert, ich hab das nur eingeräumt. Achso, okay. Ihr steht hier im Film. Wo sind denn die Eisenwaren geblieben, die ich hier rein sortiert hab? Hast du die genommen, Boaz? Das kann sein, weiß ich nicht. Also ich hab Eisenwaren einstecken, ja. Ich glaube, zwei Stück brauche ich, ich weiß es nicht. Dann tu ich den Stein natürlich auch da rein. Mal raus, Tö. Was willst du? Oh, Eisenerz. Ja, Eisenerz hab ich aber, glaube ich, auch gerade rein in die Kiste wieder. Ja, hier 57 Eisenerz. Warte mal, ich tu mal die hier raus. Die da. Das muss... Ich brauche zwei Eisenwaren. Ja, sind auch hier drin. Das sind 59 Stück drin. Ich hab hier in der Kiste vorhin achtmal reingeguckt. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hab sie jetzt gerade rein. Achso. So, okay. Ja, so bin ich. Ich verstecke immer alles. Ja, ja, ja. Ich nehm immer extra nur die Hälfte raus, damit da noch was drin ist, weißt du? Ah, nee, das mach ich nicht. Ja. Ja.